Urbanisierung ist zunächst mal einer der unterschätztesten Trends, weil viele Menschen ihn ja gleichsetzen mit einem alten Stadtbild, nämlich der Idee, dass Stadt stressig, vereinsamend, laut, von Autos besetzt und so weiter ist. Und wir können sehen, dass wir heute in eine Phase des neuen Urbanismus hineingehen, in dem man erstens anders über Städte nachdenkt, nämlich als lebendige Organismen, und in dem zweitens Städte auch ihre Vorteile erweisen. Ich selbst bin in einer Großstadt in Deutschland groß geworden, vor der wir alle das Gefühl hatten, dass sie in den 70er Jahren krank war, also das Zentrum war tot, um 6 Uhr ist nichts mehr passiert in der Innenstadt, der Fluss war zu betoniert und roch eher übel. Heute haben wir im Sinne des neuen Urbanismus eben eines entdeckt, dass es Menschen sind, die die Stadt ausmachen, und dass diese Menschen durch eine Vielfalt und durch Kultur eine Menge auch Leben in die Stadt selbst hineinbringen können. ... und